Und hier ist euer Justus König, der YouTuber, der Abendreiter aus Würzburg. Ich kann jetzt hier eine schöne Abendreiter, der Geltamerika. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin hier im McDonalds, hier in Karlstadt, davon genügend. Ich habe eine neue Spätschicht, muss noch arbeiten heute. Und zuvor brauche ich auch das Essen. Und heute habe ich ein Sparmittel genommen, ein Handy, App. Und jetzt ist es so ein Mock. Und McDonalds haben wir das Weihnachts-Momopoli-Aktion wieder. Ja, hier. Oh, hier hat er so Mockopoli. Ja, können wir das abreißen und schauen, was er gewonnen hat. Hier hat man so einen Code drauf und dann hier. Hier überall so Codes drauf. Da braucht man die App. Und schauen, was er mir geben. Genau, hier, ich gebe dir Codes alle dir. Hier. Neu, McDonalds. Hoppoli. Ja, alles gut. Ciao. Hier gewinnen. Und früher hat man so ein Ding bekommen und dann hat man es drauf geklebt. Wenn man die Straße voll hatte, kommt man aus gewinnen. Früher bei McDonalds. Das ist ein Mockopoli. Mir ist ganz. Cool Aktion. Käse als Kind schon. Früher ging es ohne App. Früher hat man es genommen und war. Oh, Gratis-Eis oder Gratis-Gelang oder Gratis-Cheeseburger. Cool. Hab ich schon erlebt. aber großartig ist nie gewonnen. just over and out. game over. noch eins. viele grüße aus den mcdonalds in karlstadt. hier bin ich hier. ist euer justas kündig der abenteuer. der youtuber aus witzburg. hier ist euer justas kündig. hallo guten tag ihr lieben zuschauer und zuschauer. hi hier 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 hier